Moin, ich bin Tilman von der Radlbande, hier immer noch auf der Kollektiv in Berlin. Und hier wurden so einige besondere Lastenräder vorgestellt und unter anderem hier dieses besondere Bullet. Und zwar ist das das Bullet von Punta Velo und zwar die Ruhrpott Edition. Punta Velo ist einer der größten Händler und Distributoren von Bullet in Deutschland. Julian, erzähl uns doch mal, wie das dazu gekommen ist. Ja, mein Chef hat da vor zehn Jahren mit angefangen, hat damals einen Bullet aus Kopenhagen bezogen. Da war das Thema Lastenrad noch relativ in den Kinderschuhen in Deutschland. Es ist ja eigentlich ein sehr altes Thema, aber er hat sich halt gedacht, okay, das ist irgendwie cool, irgendwas müssen wir ändern in den Städten, es ist zu viel Autoverkehr und wollte das einfach mal ausprobieren. Mit viel Auslacherei hat er dann das erste Rad zusammengebaut. Die Nachbarn haben gesagt, was willst du denn damit? Und mittlerweile beschäftigen wir knapp 20 Leute deutschlandweit damit, dass wir eben das Bullet weiterbringen und machen halt auch für den Hersteller die Frankreich-Distribution. Und es ist einfach ein Ding, was sich halt sehr gut, ja, also was einfach sehr gut die Mobilitätswende irgendwie mitträgt, ohne dass es zu sehr mit dem gehobenen Zeigefinger ist. Ja. Und das ist einfach schön, weil das ist ein formschönes Rad, das Bullet ist, es transportiert so viel. Auch für Leute, die eher weniger fahrradaffin sind, haben wir eben die Möglichkeit, die Erkenntnis, die Schönheit von diesem Rad. Ja. Und das ist, das macht das Bullet halt und das macht das Bullet aus seit zehn Jahren. Es ist in der Formsprache relativ unverändert, aber technisch immer weiterentwickelt worden. Ja. Und ja, deswegen machen wir das Bullet und das ist unsere Leidenschaft. Ja. Ja, und ihr habt ja auch eine erlesene Auswahl an Bullets hier. Da, wo jetzt die Menschen sitzen, da steht nochmal ein ganz besonderes Bullet. Aber du hast mir gerade schon gesagt, ihr habt ein Rad jetzt da, wo ihr mal so alles so zeigen wollt, was geht. Genau. Und das ist dieses hier. Genau, das nennen wir von der Farbgebung her ist das die Edition Ruhrpott. Wir nennen das deswegen so, weil das Ruhrgebiet generell so ein graues Image hat und durch die Hochöfen, was irgendwie so durch das Rot, ja, so ein bisschen gezeigt wird, ja, die ja jetzt zum größten Teil erloschen sind. Wir haben die Industriewende und alles und jetzt steht es halt das Rot für die Hoffnung und das Grau, das Mauergrau quasi, wo sich das Ruhrgebiet halt weiterentwickelt. Und, ja, deswegen nennen wir das Edition Ruhrpott, weil wir halt auch über die Herkunft der Firma Punta Velo eben, ja, wir lieben das Ruhrgebiet, ganz einfach. Und hier ist halt das Schöne, wir haben jetzt hier die Velution Bags, S-Bags, die sind abnehmbar. Man kann die hier ganz einfach abnehmen, die sind wasserdicht und ordentlich. Die sind mit dabei, kann man Werkzeug reintun, alles Mögliche. Die Handys werden ja immer größer, in der Tasche biegen die sich, gehen kaputt und so weiter. Das ist natürlich doof, aber man kann jetzt auch, hier fehlt jetzt leider die Sitzbank drin, zwei Kinder mitnehmen oder ein Kind mittig. Und das Schöne ist, auch komplett im Ruhrgebiet gefertigt. Die Zweikettlösung mit Kopfstütze verfügbar. Wir haben jetzt eine Persenning aus X-Bag-Material, sehr hochwertig, die man hier komplett verschließen kann. Oder aber auch eine, ein Canopy, was jetzt zur Velo Berlin vorgestellt werden wird. Zum Beispiel, das sieht so trivial aus. Das ist eine einfache Box, viereckig, für so ein Rad. Das darf ja nicht schwer sein. Trotzdem stecken hier drin zwölf Monate Entwicklungszeit. Wir haben hier zum Beispiel eine Tasche, die ist dazu da, weil wir bei den größeren Boxen, die wir für den gewerblichen Einsatz entwickelt haben, festgestellt haben, wenn man jetzt hier das Rad auf- und abbockt, dass man sich hier an dieser Kante eben das Schienbein stößt. So, weiterhin haben wir dadurch 16 Liter Stauvolumen generiert, aber auch eine ergonomische Sitzschräge. So, das sind so Sachen, die man einfach, ja, oder die Fußmulden, die wir hier integriert haben, in den Rahmen rein. Das ist natürlich auch, ja, das macht die Sache aufwendiger. Und genauso ist es halt auch beim Canopy. Wir haben sechs oder sieben verschiedene Versionen gebaut. Es ist schwieriger als gedacht, sowas zu machen, aber wir wollen halt auch was auf den Markt bringen, was dann, wo wir hinterstehen können. Und deswegen halt hier die Box erstmal zu zeigen und dann im weiteren Verlauf des Messejahres dann hoffentlich, toi, 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 das Canopy für diese Box. Was ist noch der Rest von der Ausstattung der Rohrpott Edition? Hier haben wir jetzt, wir haben zwei Stück gemacht, die Nummer 16 und 17. Also man sieht, wir haben schon einige Editionen Rohrpott gebaut. Hier haben wir jetzt XT-Vierkolben-Bremsanlage mit ein paar roten Akzenten dran. Wir haben eine einmal 12 Kettenschaltung mit vorne 36, 10 und hinten 10, 51. Also wir haben auch eine sehr gute Untersetzung. Wir haben leicht laufende Schwalbe-Marathon-Supreme-Bereifung und Hope-Naben. Also es ist alles dafür ausgelegt, dass man richtig schön fahren kann. Das Ganze ist solide mit 36 Speichen aufgebaut, vorne und hinten. Also das kann man auch gut belasten und es sieht schick dabei aus. Ja, definitiv. Was mich besonders erfreut, das sind einfach diese hübschen Narben hier vorne und die mit den roten Nibbeln, das sieht richtig cool aus. Das klassische Logo von Larry vs. Harry. Und jetzt ist es wieder da, weil das ist auch noch mal eine ganz spezielle Geschichte hier. Genau. Das ist im Prinzip eine Machbarkeitsstudie aus dem letzten Jahr. Wir wollten hier feststellen, kann man einen Rahmen komplett folieren. Wir mussten feststellen, es geht, aber es geht nicht in einer Folie durchgängig, sondern wir haben jetzt hier einfach ganz viele einzelne Punkte draufgeklebt. Das ist eine UV-beständige Folie, die man auch im Autobereich verwendet. Und die Farben sind halt hier aus dem Logo entnommen von uns. Genau. Und wir haben das gemacht für das Swire Lobbit. Das ist hier zu sehen. Das ist das Buch quasi dazu. Das ist das älteste Lastenradrennen der Welt. Und wir wollten mit dem Punta Velo Racing Team, wollten wir im letzten Jahr da auch mitmachen. Und es sind alle gemeinsam da hoch. Das komplette Team, ungefähr 14 Leute. Und ja, es war, wir sind in der Teamwertung sind wir Zweiter geworden nach Larry vs. Harry Racing Team. Aber das ist ja auch ein Konkurrent, dem gönnt man dann auch den Sieg so ein bisschen. Genau, genau. Also das ist dann vollkommen in Ordnung. Dann mit dem zweiten Platz können wir in jedem Fall sehr, sehr gut leben. Genau. Und hier ist es halt schön. Gerade die Komponenten hierbei sind auch hochwertig. Wir haben ja auch Hopenarben. Wir haben eine XT-Vierkolben-Bremsanlage. Wir haben eine Hofkurve. Und es fährt sich einfach wahnsinnig gut. Und es ist halt schön auffällig. Und gerade Kinder finden das halt großartig. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und dann natürlich auch die Original-Special-Editions von Larry vs. Harry selber. Hier das Love Ride. Hier nochmal eine andere Ruhrpott-Edition. Die Nummer 17, genau. Hier leicht anders mit dem BBX Side Panel. Original vom Hersteller quasi. Ansonsten in den wesentlichen Details der Nummer 16 sehr ähnlich, genau. Also Steps Bullets macht ihr auch? Ihr seid jetzt nicht so hardcore, dass ihr nur normale Bullets verkauft? Es ist ja auch sinnvoll, im Bereich des Lastenrades eine Elektrounterstützung zu haben, weil man eben bereit ist, längere Strecken zu fahren. Und wir wollen natürlich, dass die Leute, in der Regel ersetzen wir ein Zweitauto, dass sie ihr Auto immer mehr stehen lassen. Und das stellen wir halt fest. Die Bereitschaft ist halt höher, auch bei schlechtem Wetter zu fahren. Oder zum Beispiel, wenn man an dem Tag einen etwas weiteren Weg hat, dann eben mit Elektrounterstützung diesen auch zu fahren. Ja, definitiv. Wir gucken uns das mal genauer an. Denn dieses Fahrrad hat so einige besondere Details und Features. Unter anderem, und als allererster Punkt hier, wäre zum Beispiel die Shimano Diore XT 12-fach Kettenschaltung zu nennen. Also wir haben hier vorne ein relativ kleines Ritzel mit 35 Zehen und hinten mit einer Kassette mit bis zu 52 Zehen. Und 12-fach, ihr könnt es hier sehen, also viele, viele Ritzel, um eben immer im richtigen Gang zu sein, den man gerade braucht. Dann haben wir hier das XT 12-fach Schaltwerk hier in der mechanischen Version, aber auch mit einem Kupplungsmechanismus, der mit die Kette also immer sehr gut gespannt ist. Und wenn man das löst, dann kann man auch das Hinterrad trotzdem einfach rausnehmen. Auch die Bremsen sind die Shimano Diore XT 4-Kolbenbremsen, also insgesamt sehr edle Materialien. Und dann haben wir hier farblich passend zum Schema die Hopen-Naben hinten und auch vorne. Und die Laufräder auch mit schönen schwarzen Felgen, diesen roten Nippeln ausgestattet, aber trotzdem halt so stabil mit jeweils 36 Speichen, sodass das Rad trotzdem die Last transportieren soll, für die es auch entwickelt wurde. Dann hier Bullet typisch, diesen Konnektor hier zu der Vordergabel, schön mit einer Manschette gesichert, gegen Dreck und Verschleiß geschützt. Und wir können uns mal den Lenkwinkel angucken. Ihr kennt schon mein Video zum Bullet wahrscheinlich. Wenn nicht, dann verlinke ich euch das hier oben oder da irgendwo oben in dem Video. Also wir haben hier einen wahnsinnigen Lenkwinkel nach rechts und gucken wir mal nach links. Hier ist der Bullet typisch und der Dänische lassen da typisch nach links kleiner als nach rechts. Aber wenn man es weiß, dann kann man natürlich trotzdem das Ganze so einfach rangieren wie möglich. Dann hier mit dem Satori Easy Up Speedlifter ausgestattet. Hier die schönen Ergon-Griffe, die ganze Peripherie, der Bremshebel, der Schalthebel. Wir haben ja vorne ein Einfachkettenblatt, deswegen haben wir nur einen Schalthebel auf der rechten Seite. Dann hier die Sattelstütze mit der Beleuchtung, mit der integrierten Beleuchtung. Das ist natürlich ein cooles Feature, sieht sehr gut aus, ist auch STVZO-konform. Und dann den Brooks C15 Sattel. Und man merkt hier gleich vom gesamten Aufbau, dass das ein Rad ist für eine schnelle Runde mit dem Cargo-Bike. Damit kann man richtig schnell fahren und das werden wir auch gleich mal gucken. Besonders an diesem Rad ist aber nicht nur die Farbgebung und die Ausstattung, sondern auch diese Box, die wir hier vorne sehen. Und wir haben hier oben so ein komplett wasserdichtes Material. Und hier hinten wird das so um das Steuerrohr verschlossen. Wir machen das mal auf. Wir können dann hier diese Schlaufen ebenfalls öffnen. und müssen das einmal auf beiden Seiten machen. Punta Velo ist einer der größten Distributoren in Deutschland für Bullet-Fahrräder und haben damit dementsprechend auch einen gewissen Impact. Und wir können hier von oben sehen, diese Box, die ist wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr breit. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei Kinder nebeneinander zu setzen. Mit stabilen Dreipunktgurten, die sich hier sehr einfach lösen lassen. Ich werde die gleich wieder verschließen. Was hier noch fehlt, ist das Sitzpolster hier unten. Das ist leider nicht ganz fertig geworden zu der Messe, wird aber demnächst gezeigt. Und hier haben sie sich auch mitgedacht, denn hier an der Seite ist diese Polsterung sehr angenehm fest. Das ist so ein Schaumstoffmaterial, auch hier hinten. Und hier vorne ist dann extra noch ein kleiner Fußraum reingekommen, sodass die Kinder also nicht ganz flach hier in dieser Box sitzen, sondern so einen kleinen Fußraum haben. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Idee. Ansonsten, die Box hier ist aus Aluminium. Die ist hier gut verschweißt worden und sollte so ein gewisses Level an Sicherheit auch bieten. Aber es bleibt nicht bei dieser Box, sondern hier kommen auch noch Kopfstützen ran. Und es kommt auch ein komplett eigenes Canopy, ein eigenes Regenverdeck, sodass man also nicht mehr auf die Bullet eigene Lösung angewiesen ist, sondern hier ein komplettes Kindersitzsystem hat, das sich farblich hier gut in dieses Gesamtkonzept einpasst. Und man kann, glaube ich, auch alle Farben des Regenbogens oder die Box in allen Farben des Regenbogens haben und sein Rad somit komplett individualisieren. Ein nächstes interessantes Detail ist dann noch hier diese Tasche. Wir haben hier hinten einen Sitzwinkel. Aber hier ist noch mal eine Tasche mit zusätzlichem Stauvolumen, wo sich halt alles Mögliche noch unterbringen lässt. So flache Gegenstände, flache Dinge. Hier diese Wedgebags natürlich ebenfalls. Und das hat noch den weiteren Vorteil, denn wenn man den Ständer runterklappt, dann hat man hier so eine kleine Polsterung und stößt nicht direkt mit dem Schienbein dann nachher gegen die Box an. Also ganz coole Ideen, die hier eingeflossen sind. Und wir machen jetzt mal zu, damit wir dieses Fahrrad auch gleich mal fahren können. So, ihr seht hier schon, der Lenker ist mega breit. Ich werde jetzt die GoPro hier mal dran bauen. Jetzt wollen wir mal sehen, wie sich das Ding fährt. Ich hole es mal vom Ständer runter. Und dank der Tasche ist der Ständer auch gut erreichbar. Ja, hier könnt ihr sehen, der Wendekreis ist wirklich klein. Mal sehen, ob... Ah ja, ich sitze sehr sportlich hier drauf. Da ist auch kein Schutzblech hinten. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich gleich richtig schön einsauen. Ja, die Box hat so ein paar Geräusche, die sie macht. Die klappert ein bisschen. Aber das Fahrrad fährt sich sofort wahnsinnig sportlich. Aber dafür, dass Punta Velo hier sich ein eigenes Konzept überlegt hat als Händler, als Distributor, da ist viel Know-how reingeflossen. Es sitzt jetzt hier wie auf einem klassischen Mountainbike, sehr weit nach vorne gestreckt, sehr weit nach vorne gebeugt. Das ist definitiv eine Sitzposition, die man mögen muss. Aber das Rad reagiert sofort auf Lenkbefehle. Ist bockhart. Also, hier ist überhaupt keine Flexibilität drin. Höchstens so ein bisschen was von der Sattelstütze. Und der Brooks Cambrium, der sorgt auch nochmal für etwas Komfort. Aber viel ist er wirklich nicht. Ja, die Kettenschaltung, die ist super easy. Ich gehe mal in den allerkleinsten Gang. Und da trete ich schon beinahe albern schnell. Aber wenn man irgendwo mal eine längere Steigung hoch muss oder mit viel Beladung, dann kann es durchaus sein, dass man das mal braucht. Wir fahren jetzt ja einmal zurück zu Julian und dann kann er uns noch mal ein bisschen was zu den Preisen sagen. Und da haben wir wieder Julian. Das fällst du nicht ganz gut, du. Ja, das ist doch schön. Das ist ganz okay. So sollte es doch sein, ne? Was kostet das Ding? Das Ding, so wie es jetzt hier steht, so etwa 5.800 Euro. Also auch mit der hochwertigen, also mit der XT 12-fach. Genau, genau so wie es hier steht. Mit Schutzflächen natürlich so ein bisschen alltagstauglich. Und lupine Frontbeleuchtung ist auch noch mit dabei. Okay. Also komplett edle Komponenten. Muss man wirklich sagen, das Fahrrad fuhr sich jetzt bockhart. Ja. Ich glaube, da kann man natürlich noch hier an den Reifen so ein bisschen was machen. Genau. Ein bisschen was Tickeres, ein bisschen weniger Reifendruck eventuell auch. Da steht jetzt 6 Bar drauf. Ja, okay. Ein paar Marathon Supreme mit einer relativ geringen Breite, 1,6 oder was der da hat. Das ist natürlich eher, um mal richtig schön am Deich lang zu brettern, wo es schön flach ist oder zum Beispiel eine Trasse oder so. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Fahrrad. 5.800 Euro ist im Hinblick auf die echt hochwertigen Komponenten, die wir hier sehen, auch ein fairer Preis. Aber man kann sich die Box vorne ja auch für ein ganz normales Bullet ordern, oder? Richtig, genau. Also die ist auch jetzt nur mit einer kleinen Sonderlackierung versehen. Es ist ein absolutes Erfolgsding. Wir haben am Anfang mit 20 Stück kalkuliert. Wir haben im ersten Jahr dann schon 80 Stück gemacht und sind jetzt fleißig dabei, diese Zweikindlösung eben mit Kopfstütze und auch mit dem Canopy, was zur Velo Berlin eben vorgestellt werden wird, zu versehen. Das ist also ein absoluter Hingucker. Wir haben eine Fußmulde. Die Kinder können gut sitzen. Und wir haben eben den Vorteil, wenn wir das Rad auf- und abbocken, dadurch, dass die Kiste über den Rahmen hinausreicht, haben wir halt die Schienenbeinverletzungen minimiert, indem wir halt Textil- und Aluminiumboxen miteinander verbunden haben. Das ist hier so, ja, kleiner Clou. 16 Liter Stauvolumen, ergonomisches Auf- und Abbocken und ergonomisches Sitzen für eben die Kinder. Einige gute Ideen, die hier reingeflossen sind in dieses Fahrrad. Ich habe es euch eben schon gesagt. Ja, wenn ihr Interesse an dieser Box habt, dann Punta Velo. Ihr seht es hier. Ihr findet sie bei Instagram und auch im Internet. Genau. Oder larryvsherry.de. Genau, da findet ihr euer Traum-Bullet und auch vieles cooles Zubehör fürs Bullet. Richtig. Danke. Danke dir. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie geht das? Genau so. Schreibt eure Fragen und Anmerkung in die Kommentare. Wo sind die Kommentare? Genau da. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radl-Banne das nächste Mal auf Tour ist, dann kommt vorbei. Abonniert den Kanal. Ach, verdammt. Den habe ich packer. Hast du das Video nicht gesehen? Nein, nein. Ich bin noch nicht zugekommen. Machen wir nochmal. Nee, das ist gut, das ist echt lustig. Ei, ich bin noch nicht.